leute herzlich willkommen mein video und heute ist auch amir da leute ja amir hat auch ein video checkt bei ihm vorbei bei ihm auch insta hier oben hier verlinkt von beide leute hier oben und ja heute gehen wir in schwaben galerie ich habe mein geld vergessen in amirs auto also sozusagen seine mutter auto halt in sein auto und ja dann sehen wir uns leute aber ich filme heute nicht mit kamera weil ich filme jetzt nur noch videos wo ich im wasser bin mit kamera leute aber dann sehen wir uns bis dahin jetzt sind wir im bus am hallo wir sind endlich hier angekommen mit ihr mag und jetzt gehen wir mal da drinnen zeigen wir euch was ich und anja amir ist noch mal da und ich hier und wir gehen noch mal dahinten und sehen wir uns bis dahin endlich in mediamarkt landet sozusagen all mir amir ist da ich hab nur den spaß all mir gesagt mein gott was soll das jetzt ja leute wir gehen noch zu kamera aber erst gehen wir zu handy oder leute da haben wir den neuen ss leute ich geh mal bei kameras ich kommt mir nur eine kamera weil ein anderes ist halt scheiße sozusagen und ja es gibt auch ständige leute mir gefällt kein kamera außer so welche ja okay ich muss schon ein bisschen geld sammeln kaufen leute hier diese billige oder gibt es auch teure hier gibt es die sehen aber ich suche mir eine aus die man kaufen kann das beispiel leute hier gibt es noch welche oh mein gott das ist schon teuer oh mein gott mal ein neuer die leute gleich abonniert nicht wenn ich irgendwelche abonniere kauf ich mal pc und hier ist auch leute geil ich setze mich mal hin aber es ist das ding ich weiß nicht jedes haus hier muss sein sein sonst kann man das zu sagen spiel ja hier sind die haus ich muss nur gucken jetzt war mir ist alles ja wo bist du irgendwo das irgendwo da ja amj 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 start leute wie gehen wir da hinten bei kameras wieder weil da waren nimmende leute und ich wollte nur das Leute, ich kaufe mir auch so einen PC und dann ist es voll übelst geil, Leute. Ich will mir sowas kaufen, aber ich habe schon viele Sachen zu Hause. Hier, das ist auch geil in den GoPro. Wir haben den gleichen, ich und ich haben den gleichen. Ja, Leute. Die ist schon alt, Leute, die Kameras sind auch übelst geil, Leute. Gibt es noch, achso hier, hier sind voll schlechte Kameras, aber gucken wir mal hier, schön Raum, schön mal, tippen und so, oh, oh. Ich habe noch ein MacBook, das ist kein MacBook, sorry. Okay, dann gehen wir nochmal hier bis, ich kaufe mir vielleicht ein MacBook oder so. Videos zu schneiden, besser. Mein PC vielleicht, Leute. PC ist so teuer, 1000 Euro. Und so. Die. Und ja. Ja, Leute. Ja, Leute. Uff. Sorry, geiles Handy, aber es ist so teuer. Ja. Ja. Ich muss gucken, dass ich die Kasse. Ja. 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 Ja, Leute. Äh. Äh. Ja, die Cent. Ich will einfach schreiben. Ich will einfach hier. Ich will jetzt den LP-Innen-Aktik rein wenig machen. Wie geht es los? von hier danke haben wir noch mal ja und abonniert alle armen und dann sehen wir uns bis dahin fast nach hause gekommen der es noch und ist egal ja leute und jetzt gehen wir nach am nächsten video schaut bei mir vorbei